Willkommen und zurück zu diesem klasse Spiel. Hallo. Nach der kleinen Trinkpause. Das hat ihn getan. Einige Verletzungen. Das hat mir extrem getan. Krankenhaus aufhalten. Jahren der Genesung. Gemein ist es, man sitzt hier auf seinem Stuhl, dreht sich nach links und rauscht mit dem Bein gegen den Griff hier von der Scheibtischschublade. Der bohrt sich voll in so eine Stelle zwischen Knochen und Knochen rein, sodass er genau so eine weiche Stelle, so eine Sehenstelle trifft. Ach du Scheiße, es gibt einen richtig guten blauen Flecken. Oh Mann. Blau ist doch eine schöne Farbe. Genau auf den Nerv drauf. Na egal. Wir wollen nicht jammern hier. So, wo waren wir stehen geblieben? Dass der Teddybär direkt hinter der Tür ist. Jetzt geradeaus. Müsste ich denn da lang? Geradeaus. Es ist keine 10 Minuten her, seitdem wir gespielt haben. Ich gehe sofort hin. Ja, ja. Das Problem ist, dieser blöde... Oh, ich habe seine Hand eingequennt. Oh nein. Doch, Laura. Das finde ich nicht in Ordnung. Oh, oh, oh. Er glaube ich auch nicht. Ach komm, jetzt komm doch mal hier. Oh, schon wieder. Ja, nimmt sie aber auch nicht weg, ne? Der Arme kann da nichts für. Natürlich. Nein. Er ist der Einzel, der was für kann. Junge, übertreib es hier oben nicht. Ich will aufpassen. Auf den Erklärbär hier. Ja, du musst die Tür da hinten noch aufmachen. Du weißt, wo der Schalter noch war. Das kann ich doch nicht wissen. Ja, jetzt... Jetzt ist sie da. Lass mich, ja. Oh, wie... ...speichern. Wie verdammt knapp, dass er so... So, gleich... Ey, wenn dieser blöde Sack wiederkommt. Ich krieg die Krise hier. Einfach die Tür von dir jetzt. Ja, wo lang? Dann links war recht. Ja. Ja. Ich bin hier. Oh, nee. Das war ein super Speicherpunkt. Ich bin so gut. Ich wollte aber geradeaus eigentlich weiter, ne? Speicher. Hey! Hä? Der war doch rechts neben mir. Offenbar nicht. Aber du hast auch was gesehen. Wie, nee? Das ist doch nicht wahr. Oh, mein Pein. Das tut immer noch weh. Hä? Okay, da komme ich nicht lang. Ich weiß. Ich weiß auch gar nicht, was du da willst. Rechts oder geradeaus? Ich weiß nicht, wo wir das letzte Mal langgegangen sind. Überall. Warte. Ich weiß es nicht mehr. You need a key card. Das eine. War das nicht, dass das hier dieser Technikraum da ist? Hast du ja auf den Boden geworfen. Higher Quality. Mit der Higher Security? Okay, wir brauchen... Wir brauchen Dingens drei. Wir gucken mal, ob das hier irgendwo rumliegt. Aha! Gut zu wissen. Gut zu wissen. Na, was war das jetzt? Da unten liegt noch mal auf dem Boden. Der will zwei. Der will zwei. Hier war man nämlich auch. Der will eins. Okay, wir haben jetzt... Waren wir nicht sogar hier? Du laut. Nee! Dann gehe weiter geradeaus. Du musst da durch. Du musst nur aufpassen, dass da nichts zu sein ist. Ich bin nicht gerade da, in dem Moment. Aber was soll denn das? Das ist richtig lustig, das Spiel. Nee! Nein! Gerne ihm vorbei. Leg ihn rein. Speichern. Wo bin ich? Oh, was für ein Kampf. Nein! 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 Wie hat er dich böse angegriffen? Ja, ne? Was für ein Schweinehund das ist! Oh! Oh, das... Dann wird einem gleich gut. Hey! Und nein, dann startet man auch wieder am Anfang. Oh, ich verstehe nicht, ob das so sein muss. Dann habe ich echt... Das kotzt... Also ein bisschen kotzt es mir hier schon an. Ja, und schief sieht es auch noch aus. Das ist doch hier wieder künstlich in Länge ziehen, oder? Das ist... Ja, bei aller Liebe. Also, so gerne ich das Spiel durchspielen würde. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich das ertrage, dass alle 10 Meter hier dieser Typ kommt und uns wieder zum Anfang zurückwirft. An-Fang! Ich schwitze mir so warm, glaubst du gar nicht. Wir haben doch das Fenster offen. Wenigstens sind wir jetzt schon mal in dem Raum, was auch immer die wir jetzt machen mussten. Ja, aber jetzt kommen wir doch wieder direkt zum Anfang, wenn wir da rauskommen. Ich weiß... Oh Mann, ist es ein Chaos. In diesem Haus. Was hast du denn für Zuckung? Ob wir das Spiel wohl jetzt durchkriegen? Nein. Ich glaube, wir sollten uns in den beiden mal noch mal auf andere Spiele so ein bisschen konzentrieren und das in den Ball machen. Ja, es ist wirklich, oder? Ich meine, das kann doch nicht sein, dass man immer wieder... Wenn man hier nicht mal wieder zum Anfang zurückgeworfen würde und dann auf diesen Pädobär hier achten müsste, dann wäre das auch... Oh nein, jetzt sind wir ja wieder in diesem Raum, ne? Hm. Ich guck gleich mal, ob man da irgendwas machen konnte. Input. Oh, meine... Oh, kann man den da vielleicht reinloggen? Geh doch, ich will doch das Ding hier anklicken! Warum geht das nicht, Laura? Was? Du musst irgendwie drehen. Ja, er rennt aber hinter mir her. Ja. Und ich dachte schon, ich hätte es geschafft und irgendwas wäre jetzt anders gewesen. Oh nein! Du hast es geschafft, dich fangen zu lassen. Oh nein, ich hasse dieses Ding. Du warst nicht schnell genug. Ich weiß auch nicht, was diese komische Welt hier soll. Geht... Machst du bitte mal... Hauf. So einfach. Da ist die Zackgasse. Nein, muss doch wieder durch. Ist doch eine Wand. Kann doch wieder durchgucken, oder nicht? Die Wand bewegt sich doch, oder nicht? Doch nicht. Ich bin doch nicht blind. Hm? Ich glaube, das täuscht. Was ringt dich hier eigentlich? Ich sehe, ob das Loch da drin ist. Ach egal. Dann müssen wir neu laden. Das gibt es doch nichts. Dann hängen wir hier schon wieder fest. Ich muss doch da durchkommen. Oh, hier kommt gar keine Luft rein. Hier kommt doch Luft rein. Aber du nimmst mir die weg. Ich nehm die da weg. So groß und dick bin ich jetzt auch nicht. Quit? Dann bloß nicht safe und quit. Safe und quit? Nein. So, warte, jetzt lassen wir mich nochmal probieren. Das kann ich nochmal probieren. Sind wir hier wieder in dem Raum? Weil ich das nicht kann. Ich will mal kurz gucken. Jetzt muss ich wieder schnell sein. Was da steht. Ja, erstmal zur anderen Zimmerseite gehen. Ja, ich würde nur gucken. Ja, ganz zum Ende gehen. Anderes Ende. Hier hin? Hm. Da muss man eigentlich Zeit haben. Das geht auch nicht. Der verfolgt dann ja die ganze Zeit weiter. Ja, vielleicht ist es ja auch das Ziel. Das zu schaffen. Ich würde sagen, wir gucken uns dann auch mal. Dann machen wir das hier nur noch nebenbei, würde ich sagen. Gehen wir gerade aus. Was ist das jetzt hier? Ich muss es nicht verstehen. Ich muss es nicht verstehen. Wir sind ja doch nicht ganz am Anfang. Doch. Nee. Wir sind... Nee, zum Glück nee. Obwohl, es macht nicht viel aus. Wir sind ja gleich schon wieder... Und zwar sind wir... Du musst rechts. Du musst links lang. Wir sind doch schon... Du musst rechts. Genau, hier muss ich jetzt hin. Dadurch muss ich. Ist das schon wieder... Also, das ist doch echt konfus, oder? Ja, du musst ihn anschauen, gleichzeitig. Okay, ja. Ich bin immer so ein bisschen in Panik. Und das ist ja... Ja, gleich hast... Es steht da direkt vor der Tür. Und dann kommst du wieder nicht durch. Anschauen durch die Tür. Anschauen durch die Wand. Anschauen wir nicht. Ich mach gleich hier ein... Auf Poker Cat is not in use. Wie gespeichert ist... Das geliehen haben wir nichts. Das ist... Das ist... Das ist... Das ist fantabulös. Hey, wer stört hier? Ein Flugzeug. Ein riesiges. Haben wir nämlich... Flugsperre ab einer gewissen Uhrzeit hier? Nein. Gibt's auch nicht. Nicht. Oh, viel nicht. Kuschel doch ein bisschen mit ihm. Jetzt kuschel mit ihm. Nein. Doch. Das ist einfach... Das ist einfach nur gemein von ihm, oder? Warum? Weil er doch... Weil er doch... Ja, aber ich würde ihn auch gerne schmusen. Ja, dann mach es doch. Ja, ich darf ja nicht. Ja, weil wir denn tot sind. Ja, geh doch weiter. Gleich beginnt wieder die Stelle hier, die... Die wieder gar nicht so klasse ist hier. Ey, das ist blöd. Oh nein. Ach, jetzt ruckelt's. Ich würde sagen, wir müssen neu laden. Nein. Okay. Warum ruckelt das? Ich möchte nicht sagen, dass das Spiel... Ich will einfach sagen, dass dein PC zu schlecht ist. Das kann gut sein. Ich meine, ein Quad-Core reicht ja, glaube ich, nicht aus mit 8 GB. Nee, Quatsch. Warum auch? Das ist sowas von... Oh, gleich kriegen wir hier wieder einen Fehler. Vielleicht sollten wir gleich wieder beenden. Oder? Dann stört das Spiel uns wieder ab. Mit so einem Fehler. Oder wollen wir es nochmal probieren, bis es... Vielleicht geht's ja jetzt. Ja, oder wir beenden das erstmal. Ja, dann probieren wir es gleich. Dann probieren wir... Na gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ja, bis zum nächsten Mal. Tut uns leid. Ja, bis zum nächsten Mal.